Wir haben uns überlegt, wir würden gerne den zweiten Satz aus dem Doppelkonzert für Sie heute spielen und auch für Johannes Brahms selber, da er ja heute Geburtstag hat. Und wir hoffen, dass Sie alle gesund sind und wir uns bald im Brahmshaus wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020